so und da sind wir auch wieder bei einer neuen illustren folge the walking dead so viel lustig sein kann damit zurzeit das gleiche thema ich habe dahin da hinten ja auch ein stehen passt ja vom prinzip so haben uns hier vorne gründlich umgesehen ich glaube hier gab es nichts das heißt ich werde mich jetzt mal bemühen hier irgendwie irgendwo was zu organisieren gehen wir mal erst mal die treppe hoch we can be sure it's been a week man we gotta be out of the woods we can be sure they might be tracking us tracking who do you think they are ninjas clem luke said you saw some people in the valley people way down there how she's got binoculars genius i saw lights which way did they go back into the woods we cannot take any chances we leave at dawn but we're safe here for tonight right clementine you talked to that man walter right what did he say you didn't tell him anything about us did you we have to be careful we mostly talked about kenny kenny is the loud man with the beard yeah that's him look i don't care what that man said we're staying here tonight just talk to the rest of them they trust you see what you can find out i'm gonna go find luke honey i don't feel so good back what's wrong i just need something to drink you got it i'll be right back hm untersuche uh nehmen wir ein engel noch eine kugel oder lieber ein stern ich habe eine spitze drauf wie man sieht und schwer ich habe jetzt keinen stern drauf ich habe eine ganz noch mal eine ganz normale weihnachtsspitze drauf aber ich glaube im normalen amerikanischen nehmen ja tatsächlich einen stern das bin engel ist mir auch bekannt dass sie da auch ab und zu mal auf dem aber ich glaube am gängigsten ist halt der stern würde ich jetzt mal behaupten ich stelle die behauptung einfach mal auf ich weiß es nicht ich nehme meinen stern okay that's nice like us beautiful i used to love this time of year you know now that your friends are here this place is starting to feel like a real home malthew and walter are amazing people honestly it's dangerous to be this Er ist nett, aber sie können es nicht helfen. Warte, bis du mit Matthew kennst. Er ist ein echtes Charakter. Die erste Mal, als er mich kennengelernt hat, hat er mich Rita. Wo ist Matthew? Oh, er liebt, um langen Gehen zu gehen. Er und Walter haben hier eine Vacation gearbeitet. Er sollte bald zurück sein. Clem, ich wollte dich fragen. Könnte Kenny von dir anders aussehen? Ich habe ihn nicht vorher kennengelernt. Und, naja, ich bin interessiert. Er hat gute und schlechte Tage, wie alle anderen anderen. Er scheint der gleiche olden Kenny zu mir. Oh, das ist gut. Well, ihr drei sind schon beschäftigt. Kenny, das ist toll. Ich habe ihn. Ich glaube, ich kann es manage, Ken. Ich sagte, ich habe ihn. Er muss immer die Gentleman spielen. Aber ich sage dir, als ich ihn kennengelernt habe, er konnte nicht fliehen. Warum gehen wir mal, ob deine Freunde bereit sind, Clementine? Hm. Ja, Kenny ist halt mittlerweile so. Seit er seine Frau und seinen Sohn verloren hat. So, aber mich würde es immer interessieren, wo ist er hin? Er ist despawned. Er erinnert mich an der Schule. Na, ich glaube, jetzt wünscht man sich die gute alte Schulzeit wieder zurück. Ich glaube, hier ist nichts mehr. So, komme ich jetzt zwischen den Tischen lang. Spiel sagt nein. Hier ist zusammengeschoben. Das heißt, wir gehen wieder hoch. So, mit denen quatschen können wir nicht. Das haben wir uns angeguckt. Dann gehen wir halt wieder hoch. Können wir aus dem Fenster gucken. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Nee. Und hier ist auch niemand, oder? Nee. Wo sind denn alle? So. Ach, Quatsch mal mit Rebecca. Bist du okay? Ich habe nur ein bisschen schreckt. Ich kann mich selbst selbst nicht auswählen. Wie soll ich ein Kind auswählen? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Alles ist so schreckt. Ich denke, es ist möglich. Wie wissen Sie? Na, ich bin noch hier. Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig fühle ich mich schon ein bisschen weniger schrecklich. Weil ich weiß, dass egal, was passiert, ich werde mich noch nicht treffen. Ich werde jemanden treffen. Sie ist kicken. Sie wollen sie hören? Das Essen schmeckt gut, oder? Kann ich? Ich werde? Sie wird ein Renner sein. Um. Um. Das ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin okay, du big Dope. Ich muss nur ein Essen in dir nehmen. Danke für dich mit dir, Clem. Du bist okay, Mann? Ja. Du bist okay, Mann? Du bist okay, Mann? Warte. Warte hier, Clem. So, jetzt die Entscheidung. Bei Kenny oder lieber bei Luke? Gehen wir zu unseren alten Kumpeln, um denen zu quatschen, oder gehen wir zu unseren neuen Kumpeln, um mit denen zu quatschen? Ach, ich gehe mal zu den alten. Na, gucken wir mal, was passiert. Das ist gut. Hier geht's, Clem. So, Clem, wir waren einfach mal. Was ist das Problem mit dem Kind? Und was ist der Name? Luke? Ist er in charge? Du信 ihn? Kenny, bitte. Sarita, wir wissen diese Leute nicht. Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann. Du信 ihn mit deinem Leben? Ich denke so. Ich denke so. Das Typ, Big Al? Er sagt sie waren auf dem run. Some Leute sind hinter ihnen. Du musst nicht mehr über das. Sie kommen morgen morgen und du kannst hier bleiben. Absolut. Honey, du bleiben mit uns so lange wie du willst. Sie bleiben für gut. Ich kann nicht, meine Freunde. Was? Of course you can't. They can stay too. No. Honey. Hey. Hey. Hope you like the food. Oh. Es ist... Es ist großartig. Danke. Peaches und Beans. Great für Nutrition. Nicht zu großartig auf dem Weg raus. Ich sage dir. Ich sage dir. Ich sage dir. Es ist Luke und Nick. Luke und Nick. Sie sind sicher. Sie sind sicher wie ein match. Was soll das sein? Ich sage dir. Sie sind gut wie Freunde. Das ist alles. Ich sage dir. Was war dein Plan hier? Halt für den Winter? Eigentlich. Wir haben gedacht, wir gehen weiter. Somewhere nach Norden. Du hörst du von einem Ort? Welingen? Welingen? Das ist das? Ein Ort. Wie ein Ort? Ein guter Ort. Ein guter Ort. Ja. Krista und ich sind da. Es ist ein großes Camp. Nach dem Michigan. Michigan? Hast du ein Problem? Ja, Michigan. Think about it. Fresh water. Lots of land. And cold ass winter. So the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is. But you're more than welcome to take off in the morning. Abby, just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Please, don't fight. Gentlemen, please. There's no need for this. Now look, we've all had a long day. Please eat. Pass me that can, Duck. Duck? Who's Duck? Duck was his son. Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment? Uh, I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time. But that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty, and you grease the wheels. Everything will not be fine. Do you really think everyone can just get along? They say the world is over. But I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize, and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Have you read him? Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Right. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? Hmm. You can talk to me, Clem. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm worried about your friend. I think that... Don't worry. Matthew will be back soon. And... Everything will be fine. But I think... Hey, kids. What are you two talking about? Oh, politics. The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? Do you have any food? Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? She can't hurt anyone. Look at her. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you, then. You don't have to do that. No, no. It's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. I have a... little girl like you. How old are you, sweetie? I'm 11. I would've thought older than that. Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Clementine. Don't freak out. Listen. Okay, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Now they're all worried he's not back yet. I know he was. For sure. Damn it. Damn it, Nick! I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. What if he finds out anyway? Well then we're fucked. But... You know, we'll just... We'll just deal with it then. Now, do you, uh... You still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. And I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh... Keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh... It's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? Nothing. Hey, if there's something going on, I wanna know. No. Just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. It's... It's nothing, really. Forget it. Look, Clem. Just... Go do that thing. Alright? Come on, Nick. Let's go find a beer or something. It's gone. Hmm. We are Walter Matthew. Are you okay? I always liked this knife. Gave it to Matthew when all of this started. I know he's dead. Who did it? Was it that... that kid? What's his name? Uh, Nick? Heard him talking earlier or something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. Wasn't sure then. But now? We didn't do anything. Where'd you get the knife then? We found it in the shack. Is, uh... Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? He is. He's a good guy, Walter. He was always going out alone. I told him something like this would happen. But he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to tell him. Tell him what? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance it looked like anyone. I thought he was going to shoot my friends. And I... I shot Matthew. It happened real fast. I didn't know if I hit him, but I did. I didn't mean to. Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. I don't want to stop you, Walter. That was great. Nice. What's going on? The storm's got it spinning out of control. The storm's got it spinning out of control. That sounds gonna draw walkers. We've gotta shut it down NOW. Jetzt, hilf mir! Die Schäden! Schäden? Das Ding ist eine verdammte Dinnerebell! Was war das denn? Verdammt! Der Transformer muss gehen! Nein! Du musst es checken! Ich könnte eine Hand benutzen! Ich gehe mit dir! Ich gehe mit dir! Nein! Es ist zu gefährlich! Der Rest von dir! Geh das Ding drüber! Wer weiß, wie das zu tun? Für gewöhnlich haben die Dinger noch Not aus! Okay! Wir werden deine Beine anschauen! Nick! Schaue die Bäume mit mir! Für die Not aus! Ich denke, ich sehe etwas bewegt! Ah, je, das ist nicht so. Wir haben nicht viel Ammunition. Wir müssen zurück zum Lodge. Sie sind hinter uns. Ach, das ist uncool. Ach, das ist uncool. Wir müssen weg. Wer ist aus der Ammo? Ja. Ah. Run! Go! Kieße an! Kieße an der Ammon! da müsste hat das durch das gewerner oh das erste der richtigen flinke oh oh Help me! Clem, geh rein! Go! Clementine, are you okay? What the hell? Oh man. Howdy folks. Where's Rebecca? Carver. It's nice to see you too. Dad! Sarah! Inside. It's you. Keep moving. Look at this place. I'm wondering what Bonnie has to do with these guys. Not so too not. You believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. A lot of windows though. It's fucking huge. Bill's gonna hate it. Now the rest of them could be anywhere. I don't know. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window. Johnny, cover that window. Don't let go of the door. She just heard the door. There's no way. It's like another door. We have to go. Ah! Ah! Listen, I'm only gonna ask you once. Where's Rebecca? Sarah, look at me. It's gonna be okay. Ah! Rebecca! Rebecca! Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. And Elvin. And Luke. And the girl. This is real simple. Du willst das überrascht? Du all play nice. Und schau dir deine Gesichter. Das ist mein Dad! Please! Wir starten schütteln und die Leute werden auf beide Seiten sterben. Ja! Clem kann sie wegnehmen, finden Lou. Was ist sie? Und du hörst ihn? Carver weiß sie ist mit uns. Just stop! Don't hurt my dad, please! Wir gehen nach unten. Er wird dich töten. Fuck you! Shoot ihn! Somebody just shoot ihn! Clem, geh geh'n. Er wird ihn töten, Beck. Er wird das auch. Du wirst das nicht wissen. Sag's gut, Carlos. Mach's nicht, Schmied. Mach's nicht! Dad! Hey, buddy! Das ist beeindruckend. Ich werde Luke und Kenny finden. Bleib hier! Verdammt! Oh, fuck! Hurry! Let's see if I can get your attention. Ah! 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 Los geht's! Ah! 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 Das werden wir aus der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin. Ciao.